Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 28. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1049 und heute wieder. Gestern kam nicht die Gesundheit, sondern das Leben dazwischen. Somit eben heute zum Mittwoch mit Blue TV, Oppo, Kane West, Ted Lasso und Watch 2. Ich starte mit Blue TV, das ist das Fernsehen- und Kinoangebot der Swisscom, was ja vor einigen Monaten, war es schon letztes Jahr, ich weiss nicht mehr, vor einem Weilchen umgebrandet wurde wieder mal, was jetzt eben auf Blue TV hört. Gleichzeitig zum Start oder ziemlich kurz verzögert nachher kam ja eine Android- und eine iOS-App, wo man das ganze Angebot auch auf den Smartphones dieser Welt nutzen konnte und auf den Tablets. Nun kommt sie endlich, die anfangs auch angekündigt, aber ein bisschen später kommen solltende Blue TV-App für die Apple TV, also für TV-OS. Ab sofort können Swisscom-Kunden auch fernab von der Swisscom-Setup-Box Konsum von Fernsehen betreiben. Passend zu der Schweizer Super League, also Challenge League, oder wie die Fussball-Geschichten hier alle heissen, kommt eben die Apple TV-Anbindung. 250 Sender und das ganze andere Geschmäus, was da noch drüber reinkommt, kann man sich anschauen. Das Tolle daran ist, man braucht hierfür nicht mehr einen Swisscom-Anschluss, man kann das über jegliche Anschlüsse, UPC, Quickline, Wingo etc. konsumieren. Sehr, sehr praktisch. Kostet euch, glaube ich, in der Premium-Version etwas um die 10 Schweizer Franken oben drauf. Kann man machen. Somit fällt der Setup-Boxen-Zwang und das gefällt mir auf jeden Fall. Da macht die Swisscom wieder mal einen guten. Vor allem die, die auch eigentlich den Router-Zwang abgeschafft haben hier in der Schweiz. Da müssen nur, wink-wink, zu meinem Provider noch ein paar andere folgen. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Weiter geht es mit OPPO zum ersten. Heute hat OPPO RAM Expansion Technology aktuell freigeschaltet. Via Update für unter anderem die Find X3-Modelle, wie das Lite 5G. Und ich hoffe auch, weil seit heute hier das Pro 5G-Modell und das A94 5G, das A74 5G und das A54 5G haben das Update, das Firmware-Update bekommen. Nun kann man, wie früher, ich erinnere mich, irgendwie in meine Kindheit zurückverführt, die Möglichkeit, das RAM zu verdoppeln oder zu erhöhen. Sagen wir es zumindest mal so. Verdoppeln wäre ein bisschen zu viel. Was kann man? Man kann virtuell das RAM vergrössern. Über den Schieberegel um 2, 3 oder 5 GB. Wenn ihr das getan habt, wird ein Teil eurer Speichereinheit auf dem Smartphone als Arbeitsspeicher zweckentfremdet. Dadurch bekommt ihr, wie gesagt, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, müsst dafür aber natürlich entsprechend 2, 3 oder 5 GB mindestens frei haben, weil das System und die laufenden Aufgaben brauchen ja auch noch das eine oder andere Bit und Byte. Und schon lässt sich das umsetzen. Die Frage ist jetzt hier mehr, wie viel von diesen RAMs braucht man dann noch frei? Ich habe jetzt nicht gerade auswendigen Kopf und hier auf der Schachtel steht es nicht drauf, wie viel RAM grundsätzlich in diesen Modellen liegen, aber ich dachte sicherlich 8 oder 16 bei gewissen Modellen. Und somit ist dann eben die Frage, welche Apps müsst ihr hierzu nutzen, um überhaupt so viel RAM zu gebrauchen? Wir werden es vielleicht bald schon sehen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Cain West und Apple Music. Die haben nämlich ein Konzert von gleichnamigen Künstlern, den ich vorgenannt habe, mit seinem kommenden Album Donda vorab gestreamt. Man konnte das konsumieren eben über Apple Music und das haben anscheinend ein paar Menschen getan. Insgesamt 3,3 Millionen sollen es gewesen sein und das ist ein neuer Zuschauerrekord bei Apple Music-Konzerten, Streaming-Angeboten, Neustarts etc. und solchen Geschichten. So wie es ausschaut, hat Apple nicht die kompletten Rechte auf der Verwertung dieses Albums, aber eben für das erste Konzert und die Streaming-Geschichte. Schon gewaltig, was da mittlerweile zusammenkommt und somit werden wir wahrscheinlich noch das eine oder andere nächste Konzert mit anderen Künstlern zu sich bekommen. Vor kurzem habe ich euch berichtet, dass Ted Lasso 2 gestartet ist und ja, es hat bis jetzt noch niemand gespoilert. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und ja, ich bin immer noch nicht dazugekommen, um zu schauen. Ich möchte das ja in einem Stück durch Binge watchen. Das heisst, ich werde noch bis irgendwann im September wahrscheinlich warten dürfen, bis alle Staffeln oder alle Episoden der zweiten Staffel dran sind. Weshalb spreche ich heute nochmals darüber? Auch hier, es gab anscheinend einen Rekord. Es hat über 50 Prozent Zuschauerwachstum gegeben am ersten Wochenende, als das Ganze gestartet ist. Insgesamt sind in einzelnen Ländern sogar über 200 Prozent Zuschauerwachstum dazugekommen. Und auch andere Serien, die Apple im Bereich des Comedies hat, mit Shimagdon und Physical und Mythic Quest, haben ebenfalls deutliche Zuwachse bekommen. Aktuell auch noch ganz stark im Rennen um den Golden Globe ist die Serie. Da ist sie nämlich für Sagen und Schreiben 20 Emmys nominiert. Wir dürfen es sehen. Also sprich, die Emmys gibt es ja nicht an Golden Globes. Die an den Golden Globes. Ach ja, wer sich dafür interessiert, weiss es. Die anderen lesen es nach. Auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens ist der Artikel dazu. Und dann löse ich das Vorgehende noch auf. Ich habe gesagt, Oppo das Erste. Jetzt kommt auch Oppo das Zweite. In China haben sie nämlich, wie angekündigt, heute die neue Smartwatch vorgestellt. Die hört auf den Namen Oppo Watch 2. Hatten Qualcomm Air 4100 drin, plus noch einen zusätzlichen Prozessor, der das Ganze ein bisschen Akku unhungriger machen sollte. Es ist viel Technik mit verbaut. Schnelles Laden. Innerhalb von 10, 15 Minuten kriegt ihr den ganzen Tag Akku rein. Die ganzen Sensoren, die man heute halt so drin hat, für Stress, Schlaf. Ach du Schande. Das war auch ein Oppo. Entschuldigt vielmal. Schlaf, Sauerstoffgehalt etc. sind natürlich mit dabei. Und das Teil ist auch wasserdicht. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wann und wie das zu uns kommen wird. Und wer weiss, vielleicht im Gegensatz zum letztjährigen Modell, werde ich mir das diesjährige mal anschauen können. In diesem Sinn, euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und morgen hoffentlich ohne irgendeinen Klang aus einem Telefon in der aktuellen Folge. Bis bald, euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.